Wenn du wissen willst, was der Unterschied zwischen Herstellungskosten und Erhaltungsaufwand ist und warum das für dich als Immobilieninvestor immens wichtig ist, dann schau dir das folgende Video an. Und um kein weiteres Video zu verpassen, Kanal abonnieren und Glocke aktivieren. Es ist im Sinne eines Investors, möglichst viel Aufwand im Jahr des Geldabflusses als Werbungskostengeil zu machen. So werden die Kosten zeitnah steuerlich berücksichtigt und es kommt zur Steuererstattung. Die Finanzerwaltung geht bei einigen Maßnahmen allerdings von Herstellungskosten aus. Diese kannst du nur im Rahmen der Absetzung für Abnutzung geltend machen. Solltest du das Objekt vor Ablauf des Abschreibungszeitraums von 40 oder 50 Jahren veräußert haben, bleibt die steuerliche Auswirkung zu deinen Gunsten somit aus. Der Unterschied ist also immens, mögliche Fallstricke sind allerdings leicht zu umgehen. Um dieses Thema soll es heute gehen. Was sind Herstellungskosten eigentlich? Gemäß § 255 Absatz 2 HGB sind Herstellungskosten alle Aufwendungen für die erstmalige oder erneute Fertigstellung eines Gebäudes. Folgende vier Szenarien führen zu den steuerlich ungünstigeren Herstellungskosten. Wenn ein Gebäude so weit abgenutzt ist, dass es unbrauchbar bzw. unbewohnbar geworden ist, werden jegliche Aufwendungen, um die Bewohnbarkeit wiederherzustellen, als Herstellungskosten gewertet. Es wird quasi ein neues Gebäude hergestellt. Dies sollte bei deinen Investitionen aufgrund sorgfältiger Recherche der Investitionsimmobilien in der Regel nicht vorkommen. Der Vollständigkeit halber möchte ich das hier aber erwähnen. Weiter gibt es die Möglichkeit einer Erweiterung. Die Erweiterung bezieht sich vor allem auf die nutzbare Fläche des Gebäudes. So entsteht beispielsweise beim Ausbau des Dachgeschosses neue Wohnfläche. Die Erweiterung führen stets zu Herstellungskosten. Die nächste Möglichkeit ist die Substanzmehrung. Substanzmehrung sind sämtliche Einbauten, die bisher in Form und Funktion nicht vorhanden waren. Beispiele sind Neueinbauten von Alarmanlagen, einer Außentreppe, Sonnenmarkisen, eines Fahrstuhls oder eines Kamins. Wichtig ist allerdings, wenn ein neuer Gebäudebestandteil oder eine neue Anlage für das Gebäude die Funktion in vergleichbarer Weise wie bisher erfüllt, handelt es sich nicht um Herstellungskosten. Dasselbe gilt, wenn die Anlage nicht auf die gleiche Art und Weise wirkt, die Funktion aber im Rahmen des technischen Fortschritts erweitert wurde. Hierfür sind Beispiele der Einbau einer Warmwasseraufbereitung per Solarthermie, das Vergrößern von Fensterflächen oder zusätzliche Fassadenverkleidung als Wärme- und Schallschutz. Du solltest bei deinen Projekten stets nur im Rahmen des technischen Fortschritts bleiben, weil dadurch Erhaltungsaufwendungen generiert werden, die sofort steuerlich abziehbar sind. Zuletzt gibt es noch die wesentliche Verbesserung. Werden mehrere Maßnahmen durchgeführt, die für sich gesehen Erhaltungsaufwendungen wären, aber zu einer wesentlichen Verbesserung des Gebäudes führen, handelt es sich um Herstellungskosten. Eine wesentliche Verbesserung ist anzunehmen, wenn sich der Standard in den Stufen einfacher, mittlerer und anspruchsvoller Standard erhöht. Maßgeblich für die Beurteilung sind die Kernbereiche Heizungs-, Sanitär-, Elektroinstallation- und Fenster. Ein einfacher Standard liegt vor, wenn die oben genannten Merkmale nur in nötigem Rahmen oder technisch überholtem Zustand vorhanden sind. Das ist beispielsweise der Fall bei Einfachverglasung, Kohleöfen und unbeheizten Bädern. Ein mittlerer Standard liegt vor, wenn die Ausstattungsmerkmale durchschnittlichen Ansprüchen genügen. Dies ist in Bestandsbauten als Investitionsobjekt meist der Fall. Geheizt wird über eine Zentralheizung, das Bad wurde preiswert modernisiert und die Fenster sind isoliert. Der anspruchsvolle Standard umfasst nicht nur das Zweckmäßige, sondern das Mögliche. Man kann im Allgemeinen von Luxussanierung sprechen. Hier wird vor allem auf die Wertigkeit der Materialien wie Marmor oder Gold geachtet. Die vier genannten Punkte Vollverschleiß, Erweiterung, Substanzmehrung und wesentliche Verbesserung führen stets zu Herstellungskosten und wirken sich ausschließlich über die Absetzung für Abnutzung aus. Das ist für dich als Investor der ungünstigere Fall. Es gibt die Besonderheit der Richtlinie 21.1 Absatz 2 Einkommensteuerrichtlinien. Danach kannst du Aufwendungen für Baumaßnahmen bis zu 4000 Euro ohne Umsatzsteuer je Immobilie und Jahr als Erhaltungsaufwendung und somit sofort als Werbungskosten berücksichtigen. Dies ist eine Vereinfachungsregel zur Vermeidung unnötiger Rechtsstreitigkeiten und reicht betragsmäßig für die meisten kleineren anfallenden Maßnahmen in einer Eigentumswohnung aus. Trotzdem musst du bezogen auf den 3-Jahres-Zeitraum ab Anschaffung die 15%-Grenze der anschaffungsnahen Herstellungskosten berücksichtigen. Auf diese gehe ich später noch einmal ein. Du solltest also nicht nur die 4000 Euro netto im Hinterkopf haben, sondern auch 15% der Anschaffungskosten deines Gebäudes. Greift die Richtlinie 21 für dein Objekt und deine Baumaßnahme, so handelt es sich um Erhaltungsaufwand und dieser ist sofort steuerlich abziehbar. Originärer Erhaltungsaufwand ist steuerlich im Jahr des Geldabflusses zu berücksichtigen. Dazu gehören sämtliche Reparatur-, Pflege- und Wartungskosten, die das Vermietungsobjekt und dessen Nutzungsmöglichkeit in einem angemessenen Zustand erhalten. Insbesondere zählt die Erneuerung von Fassade, Fenstern oder Dach zum regelmäßigen Erhaltungsaufwand. Gut zu wissen ist hierbei auch, dass es bei Anmeldung von Eigennutzung allein auf den Zeitpunkt der Reparatur ankommt. Fällt dieser in die Zeit der Vermietung, kannst du den Aufwand als Erhaltungsaufwand gelten machen. Danach nicht mehr. Ein strengerer Maßstab wird bei Luxussanierung angelegt. Nach § 6 Absatz 1 Nummer 1a Einkommenssteuergesetz sind Instandsetzungs- und Modernisierungsaufwendungen an einer Immobilie, die innerhalb der ersten drei Jahre nach Anschaffung durchgeführt werden, als Herstellungskosten zu berücksichtigen, wenn ihr Gesamtwert ohne Umsatzsteuer 15% der Anschaffungskosten übersteigt. Maßgeblich für das Überschreiten der Grenze sind nicht die Anschaffungskosten des gesamten Objektes, sondern ausschließlich der Anteil des Gebäudes nach Kaufpreisaufteilung. Das ist wichtig zu wissen, da besonders bei unerwarteten Reparaturen, die möglicherweise noch mit einem Mieterwechsel zusammentreffen, die Grenze ungefollt überschritten werden kann und dies im Nachhinein nicht mehr änderbar ist. Die 15%-Grenze musst du also stets beachten. Wichtig ist, dass bei der Berechnung nach aktueller BFH-Rechtsprechung auch übliche Schönheitsreparaturen wie Tapezieren, Streichen oder das Erneuern des Fußbodens einzubeziehen sind. Jährlich üblicherweise anfallende Aufwendungen wie beispielsweise die Reparatur zerbrochener Fenster oder der Einbauküche, Neuanfertigung von Schlüsseln oder Wartung der Heizung bleiben weiterhin sofort abzugsfähig. Nicht in die 15%-Grenze einzubeziehen sind auch Aufwendungen für die Erweiterung oder Substanzmehrung, welche ich zuvor bereits besprochen habe. Sie sind ohnehin originär als Herstellungskosten zu beurteilen. Solltest du die 15%-Grenze überschreiten, werden die Werbungskosten aus Erhaltungsaufwand in Herstellungskosten umgewandelt. Kommst du zu dem Ergebnis, dass es sich um Herstellungskosten handelt, musst du den Betrag der Absetzung für Abnutzung neu ermitteln. Ich habe dir hier einmal ein Beispiel mitgebracht, wie dies geht. Hierzu nimmst du den bei Erwerb der Immobilie ermittelten Betrag und addierst die nachträglich entstandenen Herstellungskosten hinzu. Der Abschreibungsprozentsatz von 2 bzw. 2,5% bleibt gleich. Die Besonderheit im Falle nachträglicher Herstellungskosten ist, dass diese von Beginn des Jahres an geltend gemacht werden können. Für dich heißt das, unabhängig wann die Handwerker bei dir im Haus waren und die Arbeiten fertiggestellt haben, erhöht sich die Bemessungsgrundlage ab Jahresbeginn. Im Beispiel hast du eine Immobilie erworben und der Gebäudewert beträgt 100.000 Euro. Zunächst schreibst du die Immobilie mit 2% ab, also 2.000 Euro jährlich. Wenn du nun das Bad sanierst und die Fenster erneuerst für jeweils 10.000 Euro brutto, erhöhen sich die Anschaffungskosten des Gebäudeanteils auf 120.000 Euro und somit über 115.000 Euro die 15%-Grenze. Es handelt sich also um anschaffungsnahen Aufwand. Dieser ist nur im Rahmen der Absetzung für Abnutzung geltend zu machen, also erhöht sich die Bemessungsgrundlage von 100.000 auf 120.000 Euro. Bei einem Abschreibungsprozentsatz von 2% ist die AFA neu 2.400 Euro pro Jahr. Ich hoffe, du hast einiges mitgenommen aus diesem Video und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.